Als Marketingagentur Schritt für Schritt zu 5-stelligen Wochen umsetzen und dann zu 6-stelligen Monats umsetzen. Ich gebe dir in diesem Video eine ganz klare Schritt-für-Schritt-Anleitung, auf was es ankommt, was du brauchst, damit du jede Woche 5-stellige Umsätze machst als Marketingagentur, egal ob es Recruiting ist, ob es Reels sind, ob es Mitarbeitergewinnungen sind, wie beim Recruiting zum Beispiel, ob es Neukundengewinnung ist über Ads oder über SEO, über SEA oder über Webdesign. Also egal, welche Nische du hast, ich gebe dir jetzt eine exakte Anleitung. Und warum kann ich dir darüber auch was erklären? Weil meine Kunden auch aus den verschiedensten Marketingbranchen mittlerweile 5- und 6-stellige Monatsumsätze machen. Und wie das Ganze geht, erkläre ich dir jetzt kurz in diversen Schritten. Also der erste wichtige Schritt ist erstmal, du brauchst natürlich ein CRM-System. Was heißt CRM-System? Das bedeutet, du brauchst ein Kundendatenmanagement-System. Und ich sage dir was, viele machen sich darüber viele Gedanken. Ja, was nehme ich? Wie soll da die Pipeline aussehen? Das ist erstmal nicht so wichtig. Du brauchst eine kleine Pipeline, aber die ist da schon vorgegeben. Nütze als CRM am Anfang HubSpot. Also HubSpot ist ein super CRM-System. Vor allem reicht da die kostenfreie Version, um erstmal 6-stellige Monatsumsätze zu machen. Und dann kannst du dir für ein paar Euro noch Zusatzfeatures kaufen. Aber das reicht erstmal. Also ganz, ganz wichtig, du brauchst unbedingt ein CRM-System. Warum? Na klar, du rufst Kunden an. Kunden sind nicht erreichbar. Hier musst du natürlich auch wieder Vorlagen legen, Aufgaben legen. Du brauchst auch eine richtige Pipeline. Welche Termine sind ausgefallen, welche sind nicht ausgefallen. Das ist erstmal ganz, ganz wichtig, dass du deswegen HubSpot oder generell ein CRM, wenn du ein anderes hast bei dir, falls du es noch nicht hast, implementierst. Jetzt in Schritt 2 ist eins ganz, ganz wichtig. Brauchst du Kontaktdaten. Du brauchst Leads. Du brauchst ganz klare Kontaktdaten bzw. Leads, die du natürlich auch anrufen kannst, mit denen du dann auch Termine vereinbaren kannst. Welche sind da gut? Also ich sehe immer wieder Leute, die immer noch bei gelbe Seite, gelbe Seiten oder irgendwelche kalte B2B-Adressen kaufen. Dort ist natürlich die Erfolgschance für dich als Marketingagentur nicht die gleiche, wie wenn du Leute kontaktierst, die bereits Geld ausgeben für das gleiche Ergebnis, was du ihnen bringst, aber allerdings mit einer anderen Methode. Heißt zum Beispiel, wenn du jetzt zum Beispiel Suchmaschinenoptimierung verkaufst, empfehle ich dir, Kundendaten rauszusuchen, die zum Beispiel bereits YouTube-Werbung schalten, dir vielleicht auch Google-Werbung schalten, weil die sind affin für das Thema Marketing. Warum? Die geben ja bereits Geld aus. Bedeutet also für dich, recherchiere hier die Leads. Und jetzt sehe ich einen Fehler immer wieder. Recherchiere die Leads nicht dienstags, in der Primetime um 10, 11, 12, 13, 14, 15 Uhr, wo du Akquise machen kannst. Nein, recherchiere die Leads sonntags. Stell dir eine Aushilfskraft ein, die dir nur Leads einpflegt. Also du brauchst Kanonenfutter, damit du gleich dann in Schritt 3, wir kommen jetzt zu Schritt 3, damit du gleich dann auch 110% geben kannst, weil das ist dann ein sehr, sehr wichtiger Motor. Und zwar kommen wir jetzt zur Telefonakquise. Ja, das ist jetzt ganz, ganz wichtig. Das heißt, du brauchst hier natürlich auch richtig Pump auf die Leitung. Was heißt denn Pump auf die Leitung? Pump auf die Leitung bedeutet, am Tag solltest du mal mindestens 80 Anwahlen machen, weil aus 80 Anwahlen resultieren im Durchschnitt nach unseren Skripten 5 Termine. Und aus 5 Terminen machst du im Durchschnitt ein Sale. Vorausgesetzt dein Mindset stimmt, vorausgesetzt deine Tonalität stimmt auch bei den Skripten und vorausgesetzt du hast eine gewisse Lockerheit und Gelassenheit und deine Glaubenssätze blockieren dich nicht in den Sales Gesprächen. Bei uns war die Firma BMS vor Ort, der Jan und der David, die haben es wirklich geschafft, aus 300 Anwahlen Bruttokontakten haben die etwas über 50.000 Euro gemacht. Also da war die Conversion noch höher. Das heißt, hier ist es wichtig, dass du aber ordentlich Pump auch auf die Leitung legst, natürlich auch dann die richtigen Skripte nutzt und hier auch richtig verkaufst. Wenn du jetzt Termine legst, also das ist ja auch ein Verkauf, nur du musst wissen, du verkaufst hier eine kostenfreie Erstberatung. Also es ist ein kostenloser Termin. Ganz, ganz wichtig. Der Kunde zahlt nichts. Das ist nicht schwierig. Mach dir es nicht schwieriger, als du möglicherweise denkst. Bevor wir jetzt zu Punkt 4 kommen, ich habe ein gratis Online-Training für dich als Agentur konzipiert. Hier lernst du alle Schritte. Wie baust du ein Angebot auf? Wie positionierst du dich? Wie läuft der exakte Vertriebsprozess? Hier sind die Skripte auch mit drin. Ist kostenfrei www.agenturbusiness.de. Da kannst du dir das Online-Training sichern. Es sind exakt 4 Module, die dir helfen, jede Woche 5-stellige und 6-stellige Monatsumsätze dann auch zu generieren. Alles Schritt für Schritt hier erklären www.agenturbusiness.de. Okay, gehen wir weiter. Kommen wir zu Punkt 4. Du legst jetzt Termine. Du kannst das Ganze auch skalieren. Also du kannst hier auch skalieren. Das heißt, du kannst jetzt auch Leute dir Termine legen lassen oder Leute einkaufen, die nur Akquise machen. Also du musst auch nicht dein Leben lang Telefonakquise machen. Aber wenn du hier noch nie drüber Kunden gewonnen hast, dann lagert es nicht aus. Da musst du erst mal selber das ein bisschen lernen. Das ist auch ganz wichtig. Ich kenne so viele, die kaufen sich fremde Agenturen ein, geben die wichtigste Verantwortung in fremde Hände und wundern sich dann, dass sie nicht wachsen. Kommen wir zu Punkt 4. In Punkt 4 sind wir jetzt bei dem Setting, bei der Vorqualifizierung. Jetzt kommen wir zur Vorqualifizierung. Hier ist eins ganz wichtig. Es gibt so einen Mythos, die Vorqualifizierung reicht 15 Minuten per Telefon. Falsch. Das kannst du machen, wenn du qualifizierte Anfragen bekommst. Aber wenn du keine qualifizierten Anfragen bekommst, wie es bei den meisten Marketingagenturen bei uns in Deutschland ist, die sind keine Brand, die können kein Online-Marketing, beziehungsweise das ist sehr, sehr hochpreisig, das ist sehr, sehr teuer. Erst mal auf dieses Level zu kommen, ist nicht einfach. Deswegen, wenn du aus der Telefonakquise neue Kunden gewinnen willst, muss deine Vorqualifizierung anders ablaufen. Du musst hier Content zeigen. Du musst hier Problembewusstsein erschöpfen. Du musst hier auch deinen Kunden selektieren, Selekteurfragen stellen. Was das alles ist, lernst du unter anderem hier, www.agenturbusiness.de Also, jetzt machst du eine gescheite Vorqualifizierung. Jetzt qualifizierst du deinen Kunden vor und jetzt kommen wir in Schritt 5 und zwar in den letzten Baustein des Sales-Prozesses und zwar in das Abschlussgespräch. Hier kommen wir in die Strategie-Session oder auch das Abschlussgespräch. Das Abschlussgespräch sollte wie eine Art Webinar auch ablaufen. Kennst du Webinare? Webinare laufen in der Regel so ab, man zeigt dir erstmal Fehler auf und warum es auch wichtig ist, jetzt auf das gewünschte Thema aufzusteigen. Irgendwann natürlich stellt man dir auch Fragen und irgendwann verkauft man. Wichtig ist nur, dass du in so einem Abschlussgespräch auch am Anfang deinen Kunden den Druck ausnimmst, rausnimmst, aber trotzdem er weiß, er muss heute eine Entscheidung treffen. Ich gebe dir jetzt nur mal einen Satz, wie man sowas sehr, sehr gut aufbaut, damit du mal siehst, wie mächtig sowas ist. Wenn du einsteigst, du sagst dann zum Beispiel im Einstieg, Herr Müller, egal, ob wir heute zusammenkommen oder nicht. Mir ist nur eins wichtig, dass das, was ich Ihnen zeige, wenn ich in sechs Monaten nochmal auf Ihre Webseite schaue, dass Sie dann das Problem, was Sie heute haben, nicht mehr haben, dass Sie etwas umsetzen. Das ist mir das Wichtigste, warum? Sonst wäre der heutige Tag, das heutige Gespräch vergeudete Zeit. Haben wir da einen Deal? So merkt dein Kunde sofort, ey, der weiß, was er kann, der will, dass ich umsetze, den ist mein Wohl sehr, sehr wichtig und du nimmst extrem viel Druck raus und dein Kunde weiß, ey, finde ich cool, wie der das macht, der hat ja auch irgendwo recht. Also das ist nur ein Satz, nur mal den Einstiegssatz, mit dem du jetzt ganz andere Ausgangssituationen hast in deiner Strategiesession. Hier ist es auch wichtig, gelassen zu sein, cool zu bleiben. Viele haben nicht das Problem mit den Skripten. Die haben schon gute Skripte. Die Frage ist nur, wie lebst du diese Skripte? Wie betonst du diese Skripte? Wie sehr bist du selber auch von dir überzeugt, verkaufen zu können, hochpreisig? Wie sein Wert auch wirklich zurückzubekommen? Und oft wissen wir gar nicht, wo wir Blockaden haben in unserem Sales-Prozess. Aber ich sage dir, wie du das herausfindest. Schau doch mal in der Akquise, was dich dort hemmt. Wo hast du Probleme? Hast du wenig Termine? Erreichst du zwar Entscheide, aber bezeugst sie nicht? Wenn das zum Beispiel der Fall ist, hast du vielleicht auch Glaubenssätze zum Thema Autoritäten. Du kannst mit Unternehmern, die eine gewisse Autorität haben, nicht so sprechen, wie du normalerweise sprichst. Das ist ein negatives Denkmuster, ein negativer Glaubenssatz, den du irgendwann mal aufgebaut hast. Oder auch im Abschlussgespräch. Kannst du deine Preise nicht richtig durchsetzen, nicht richtig verkaufen? Wartest du immer wieder, dass der Kunde das Zepter in die Hand nimmt und dir sagen soll, ich will kaufen? Hier hast du Glaubenssätze zum Thema Verkauf, zum Thema Abschluss, zum Thema Preise. Hast du vielleicht auch schon in der Telefonakquise Hemmungen anzurufen, weil die Kunden immer wieder Nein zu dir sagen können. Also Blockaden vor Ablehnung. Jetzt hast du wieder Glaubenssätze und negative Denkmuster. Warum? Weil du irgendwann mal in deinem Leben nicht so gewünscht warst, wie du es dir gewollt hast. Wie du es gewollt hast. Hier waren deine emotionalen Beschwerden so stark. Dein emotionaler Schmerz, dass du gesagt hast, ich will dieses Gefühl nicht mehr haben. Unbewusst machst du jetzt keine Telefonakquise und schiebst es immer wieder vor dir auf. Kommst damit nicht voran. Gehst nicht auf das nächste Plateau. Wächst nicht weiter. Und das bedeutet für dich Stillstand. Und Stillstand wollen wir nicht. Wir wollen, dass du weiter wächst. Und diese Prozesse, diese Schritte im Detail, natürlich auch, dass deine Terminausfallquote nicht hoch ist. Viele Leute machen Termine dann, aber die Leute erscheinen nicht. Wie schaffst du es hier, das Ganze zu minimieren? Ich habe ein ganz klares System entwickelt, wie vier von fünf Termine stattfinden. Vier von fünf Termine finden immer statt. Ja, im Durchschnitt. Acht von zehn Erstgespräche finden statt. Ganz klares System, ganz klarer Prozess dahinter. Aber das alles, wie gesagt, www.agenturbusiness.de Sichere dir das Online-Training. Glaub mir, das hilft dir sehr viel weiter. Wer schon das ein oder andere Training von mir durchgearbeitet hat, weiß das. Agenturbusiness.de jetzt sichern. Gib 110%. Glaub an deine Fähigkeiten. Glaub an deine Stärken. Setz um. Machen. Umsatz kommt immer von Umsätzen. Nicht viel Content konsumieren. Content, 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 Content. Aber nicht umsetzen. Nein, nein. Auch umsetzen. Okay? Du bist ein Umsetzer. In dem Sinne, dein Luca. Gib 110%. Danke, dass du hier reingeschaut hast.